und komm mal Willkommen bei Part 2 um das war wir gegen so ein Typen und vorher die Räume ja war ich die auch hier mittlerweile wenn man auch mal ist das ist ja wenn sechs Typen vor der stehen und dich nicht heilen weil sie was besseres zu tun haben ohne Kopf ja komm sie ist der ein ich wette ja bestimmt keine einen oder ein Brustilus nicht gegen und spiele ohne Taktik ja es ist am meisten so Ami egal Ami oder sonstige nur die deutschen spielen da drin mit Taktik aber der Rest für den Volk vergiss es kannst du in der Pfeife rauchen wirklich wortwörtlich dann kannst du in der Pfeife rauchen ja klar ich geh ja noch ein Hit ey oder wenn ich hier Hilfe oder so egal du kannst ohne Hitze zocken die ignorieren dich es ist ja nicht umsonst ein Third Person Taktik Shooter aber es ist ja anscheinend ein Ami Taktik Shooter da macht man sowas nicht aber ich rede mir nicht so viel auf ja oder was ich nicht verstehe er hat letzt mal nicht am Schütze gesehen wer durchgehend unsichtbar beim Laufen beim Sprinten beim Ballern egal was der war immer unsichtbar wenn er es nicht bei einem Kill der gleich glaube ich Boxen warnt oder am Bildschirm kaputt das ist eine Pfandfrei oder vom H Complete flück up flück flück wot dav glück flück flück fl senator flück flück Und das letzte Mal, ich war so online, ne, ich war am Zocken, sag ich zu den Amerikanern, hab ich auf Englisch gesagt, ne, was los, warum nimmst du nicht ein, ne. Ja, er sagte, ich bin Amerikaner, ne, das Spiel kommt von uns, ich muss nichts machen, ich hab da zu entscheiden, Feuerlein machte hier einen auf Stil oder was, oh, war einer von mir, schauen doch alle gleich aus, na, die Spawn glaub ich da oben, oder? Was ist denn mit denen los, drei Kills hintereinander, ey. 4 Kills, aber oh, mein Herr, komm und so mehr. Ich glaube, ich ziehe mich mal kurz zurück. Den holen wir uns auch noch. Ne, da hat er mich gezogen. Ist mir eigentlich auch egal. Jetzt kommen sie alle an, jetzt kommen sie. Ist ja schon wie die Maden jetzt. Ja, wird der Granate mal getötet, wird auch Zeit. Hebt er die andere Waffe auf, als hätte er da Zeit und so. Die Typen spielen wirklich ohne Taktik. Die rennen einfach rein, hauptsache die kriegen ihren Kill, ey. Gehört sich verboten. Oh, ne, hab ich auch nix sehen. Wie langt der da? Hat der mir jetzt jetzt g'sehen? Ne, ich hab dich aufgelabert. Ja, aber so sind sie ja. Schwarz. Nix rassistisches, aber wir sind halt so. Komm, 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 komm. Wir können auch schimmeln. Weil wir deutsch sind, können wir auch schimmeln. Gehört, Käpt'n gehören irgendwie dazu in dem Game. Sag mal, fände ich auch irgendwie gut. Oh, die sind oben. Oh, fuck. Verdammt. 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 Vorgang. Es ist so. Ja, bin doch drauf. Ja, jetzt. Ziel verteilt. Sind immer schneller als einer. Den habe ich. Ja, wie? Kein XP. Ja, der überlebt doch alles, oder wie? Geh auf mal, oder am Start, oder wie? Oh. Nein. Ja, como van, jetzt hat... Auf der Lauer. Ja, der hat er gar nicht troffen. Treffen nicht, aber sterben kann man das deswegen, oder wie? Nein. Ja, Aufgaben. Aber er hat mir nur aufgelauert. Mit dem Feuerdämpfer. Ja, durch die Wand, oder wat? Ja. Aber nicht damit gehen, dass ich das Selbstheilung mache. Taktloser Schlüssel. Ja. 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 Vielen Dank.